Es tut sich was beim Multicenter in Gomaringen. Seit mehr als zwei Jahren steht das große Einkaufszentrum am Ortsrand leer. Das soll aber nicht so bleiben. Der Eigentümer will es wiederbeleben. Gerade laufen die Sanierungsarbeiten. Bürgermeister Steffen Hess hat jetzt das Multicenter besichtigt, um sich ein Bild vom aktuellen Stand zu machen. Und wir haben uns kurz davor mit ihm getroffen. Das Multicenter in Gomaringen. 1.500 Quadratmeter für Lebensmittel und weitere 5.000 Quadratmeter für Non-Food. Mit seinem riesigen Parkplatz und der verkehrsgünstigen Ortsrandlage ein Spitzenplatz für den Einzelhandel. Doch im November 2021, vor mehr als zwei Jahren, wurde das Einkaufszentrum geschlossen. Wo das mit klar war damals, dass es geschlossen werden wurde, war das natürlich schon ein großer Verlust für uns als Gemeinde. Es gab ja damals auch eine Online-Petition, die die Frau Ritter mit ins Leben gerufen hat, mit 1.400 Unterschriften. Der Gemeinderat hat sich hier auch mit eingesetzt. Aber ohne Erfolg. Auch als der Bundestagsabgeordnete Martin Rosemann deswegen das Multicenter besuchte, konnte er nichts bewirken. Jetzt steht fest, das Multicenter wird nicht leer bleiben. Ja, es ist so, wir haben seit dieser Zeit viele Gespräche geführt. Ich habe extra mal geschaut für heute noch. Ich habe rund 600 E-Mails, 30 Termine wahrgenommen in unterschiedlicher Konstellation. Bis nach Berlin bin ich auch mal gefahren zum Eigentümer. Das Ergebnis, ein E-Center und ein DM werden hier einziehen. Zudem laufen noch Gespräche mit Aldi. Seit September vergangenen Jahres liegt die Baugenehmigung für die Sanierung vor. Und jetzt laufen derzeit die Sanierungsarbeiten. Und vorgesehen ist, dass dieses Jahr die ganzen Arbeiten abgeschlossen werden können, damit man dann vielleicht Ende diesen Jahres oder 2025 dann wieder hier mitstarten kann. Doch was auch immer hier geschieht, auf derzeit bestehende Einzelhandelsgeschäfte in Gomaringen, soll dies alles keine Auswirkungen haben, betont Bürgermeister Hess.